Ja, ja, der liebe YouTube-Algorithmus. Jetzt hat mir der YouTube-Algorithmus, als ich mein letztes Video kurz nochmal gecheckt habe, ob ich zu viel Unsinn erzählt habe dort, mir im Anschluss ein Interview in die, ja, früher hätte ich gesagt, Timeline reingespült. Und zwar, dass Sandra Maischberger wohl gestern mit Yuval Noah Harari geführt hat. Und nur ganz kurz zwei Worte dazu. Ich finde, in diesem Video kann man sehen, das intellektuelle Versagen von Yuval Noah Harari. Also, auch aus meiner Sicht ist Yuval Noah Harari wahrscheinlich einer der größten Denker, die wir momentan haben. Das ist aber sehr, wie soll man sagen, erschreckend. Also, wenn die größten Denker, die wir haben momentan, so denken, wie Yuval Noah Harari denkt, dann sind wir im Big, Big Trouble. Und woran mache ich das fest? Ich mache es ganz kurz. Also, man könnte natürlich unendlich viel mehr. Also, ich könnte hier vielstündige Videos nur über dieses Interview machen. Das mache ich nicht. Ich sage es nur, versuche es auf den Punkt zu bringen. Also, es gibt so eine Stelle in dem Interview, wo er sagt, es sei eine zynische Sichtweise, dass Menschen nur nach Macht streben. Und das ist intellektuelles Versagen. Dieser Satz ist ein wirklich tiefes, tiefes intellektuelles Versagen, dass das Denkniveau, zu dem wir bereits in der Antike offensichtlich fähig waren, dass wir erkennen können bei Leuten wie eben Solon, bei Kleistenes, bei Herodot, bei Thucydides und vielen anderen mehr, bei Aeschylus, und später eben auch erkennen können bei Leuten wie Hobbes oder Rousseau, einfach unterschreitet. Es ist eine intellektuelle Niveau-Unterschreitung. Und zwar eine offensichtliche. Ich meine, sozusagen, wenn man das verstanden hat, was all die Leute, die ich gerade genannt habe, verstanden haben, sagt man diesen Satz nicht mehr. Man sagt den einfach nicht mehr. Und das zeigt, dass also, wie tief unser Denken gefangen ist in Strukturen, die uns nicht gut tun, auch bei, und gerade bei Yuval Noah Harari. Ja, also, warum? Also, ich versuche es, das ist gar nicht so leicht, das nachvollziehbar zu machen, wie komme ich zu so einem harschen Urteil. Also, wenn man verstanden hat, was die Machtdynamik ist, die zum Beispiel Hobbes eigentlich sehr, sehr primitiv beschreibt, sehr, sehr einfach und deswegen auch sehr gut nachvollziehbar, dann kann man verstehen, dass Hobbes raus will aus dieser anthropologischen Denke, in der aber Yuval Noah Harari gefangen ist. Ja, also, wenn ich das richtig, also, ich interpretiere es mal bewusst psychologisch. Yuval Noah Harari ist offensichtlich getrieben von der Abwehr einer Verzweiflung über die Menschheit. Ja, also, Yuval Noah Harari versucht verzweifelt selbst nicht an der Menschheit zu verzweifeln. Und was er aber dazu tut ist, ähnlich wie das zum Beispiel dieses wunderbare, wie heißt der, Berchmann im Grunde gut macht, ja, er versucht zu zeigen, dass der Mensch im Grunde gut ist und so, na, dann wird da gefragt von Maischberger, ob denn auch Donald Trump nach Wahrheit streben würde und bla, bla, bla. Ja, liebe Leute, dieses Denken führt nirgendwo hin. Ganz offensichtlich führt es nirgendwo hin. Und im Grunde sagen uns viele, viele Denker unserer eigenen Tradition schon lange, lange, warum dieses Denken von Yuval Noah Harari nirgendwo hinführt und auch, also, nicht produktiv ist, ja. Das, also, bringt mich zur Verzweiflung, jemand so klugen wie Yuval Noah Harari, diese ollen Kamellen wieder und wieder aufbrühen zu sehen. Immer die gleiche Scheiße. Die Leute lernen einfach nichts dazu. Also, es ist einfach eine Nicht-Weiterentwicklung. Eine berete, wortreiche Nicht-Weiterentwicklung des Denkens. Das ist also, ich brauche Yuval Noah Harari nicht, weil die gleiche Scheiße sehe ich in der ganzen europäischen Tradition wieder und wieder aufgebrüht. Ich sehe keine Innovation. Also, der innovative Ansatz, den es auch gibt, einfach nicht verfolgt, nicht erkannt, nicht verstanden. Und das ist einfach bitter. Das ist bitter. Also, dieses intellektuelle Versagen bei so vielen zu sehen, die offensichtlich sehr kluge Menschen sind, die auch die Zeit zum Nachdenken haben, die die Tradition kennen und trotzdem die falschen Schüsse ziehen, das kann einen echt in die Verzweiflung treiben. Also, mich tut das in die Verzweiflung treiben. Deswegen dieses Video. Ja, also, Hobbes zum Beispiel hat keine zynische Menschensicht. Er hat eine realistische Menschensicht. Yuval Noah Harari denkt aber vermutlich, dass Hobbes eine zynische Menschensicht hat. Ja, was er halt anerkennt, sind Machtphänomene. Was die Griechen, als sie die Demokratie erfunden haben, sind Machtphänomene. Also, wie wirkt sich Machtdynamik aus? Thokydides hat es sehr, sehr plastisch beschrieben, weil er es halt erlebt hat, hat er das in Begriffe gefasst. Ja, wie kann man das begreifen, was Menschen sich antun? Dazu braucht man keine negative Menschensicht. Man braucht nur eine realistische Menschensicht und dann erkennt man, wozu wir menschenfähig sind. Ja, was Noah Harari dagegen setzt, ist ein Furz. Entschuldigung, ist ein Gedankenfurz. Also, ein Nichts, ein unwirksames Nichts. Wir brauchen mehr als ein unwirksames Nichts, wenn wir den Machtdynamik, die wir gemeinsam freisetzen, etwas Wirksames entgegensetzen wollen. Und da ist Noah Harari, Yuval Noah Harari einfach, Entschuldigung, leere Hose. Da ist nichts dahinter. Da ist keine Kraft dahinter. Ja, das ist also, sagen wir so, über frommes Wünschen, über idealistisches Denken geht das halt nicht hinaus. Ja, und das ist also bitter. Das ist wirklich bitter, das über einen so klugen Menschen sagen zu müssen. Und es muss gesagt werden, weil es ist wirklich tiefes intellektuelles Versagen, was wir bei Yuval Noah Harari sehen. Und wenn das unsere klügsten Köpfe sind, dann haben wir echt ein großes Problem. Weil die klugen Köpfe anderer Zeiten hatten was anderes auf der Platte. Es gab schon mal bessere, bessere, sozusagen eine bessere intellektuelle Kultur als die, die wir heute haben. Ja, es tut mir leid. Wir sind so fortschrittsoptimistisch. Wir denken immer, es wird immer besser. Also es würden immer von Generation zu Generation noch klügere Leute leben. Und das ist offensichtlich, wenn man historisch, Ideen historisch aufgeklärt, ist nicht der Fall. Es gibt Zeiten, die aus, ich würde sagen, aus kontingenten Zeitumständen bezogen auf Politik und Demokratie klüger sind. Und es gibt Zeiten, die sind doofer. Und wir leben in dooferen Zeiten. Ja, unsere klügsten Köpfe sind doof. Entschuldigung. Und die klugen Köpfe anderer Zeiten waren klüger als die klugen Köpfe unserer Zeiten. Ja, das menschliche Genom ist relativ stabil. Ja, also die Menschheit, so darauf zu rechnen, dass die Menschheit intelligenter wird, ist sehr, sehr naiv. Ja, wir sind ungefähr genauso klug oder genauso doof wie die Menschen vor tausenden Jahren. Da haben wir uns nicht weiterentwickelt. Aber die Zeitumstände machen uns jeweils klüger oder dümmer in politischer Hinsicht. Und wir leben eindeutig in politisch dümmeren Zeiten. Und Yuval Noah Harari, Entschuldigung, ist ein berätes Beispiel für diese Dummheit. Ja, für die Dummheit sehr kluger Leute. Ja, sehr intelligente Leute, die in politischer, demokratischer Hinsicht wirklich absolut verblödet sind. Absolut, nicht ein bisschen. Die Leute sind völlig auf dem falschen Dampfer. Völlig. Das bringt mich zur Verzweiflung. Ja. Ich kenne die Tradition auch ein bisschen. Sicher nicht so gut wie Yuval Noah Harari. Ja, also ich kann da nicht gegen anstecken und sagen, ich bin aber intelligenter als der. Bin ich nicht. Ja. Ich kann auch nicht sagen, ich kenne die Tradition besser als er. Tue ich nicht. Aber ich behaupte, ich ziehe die richtigeren Schlüsse aus ihr. Trotzdem. Ja, das ist paradox, aber das ist das, was der Fall ist. Ja, es ist bitter, das zu sagen. Ich hätte das lieber, dass ich mit meinen Grenzen von zahlreichen Leuten übertroffen werde. Also dass man sagen kann, dieser dumme Kerl, der hier auf der Couch sitzt, ja, der hat gar nichts kapiert. Das hätte ich gerne. Das wäre ein guter Zustand. Ja, dann wären wir in einem guten Zustand. Aber da sind wir nicht. Ja. Ich sage es nochmal hart. Ich bin wahrscheinlich momentan auf dem Planet wirklich einer der klügsten Köpfe, was Politik und Demokratie angeht. Das ist aber ein bitteres, ein bitteres Eingeständnis. Wenn ich mit meinen großen Grenzen, die ich habe, zu den politisch-demokratisch klügsten Köpfen auf dem Planeten gehöre, dann haben wir alle ein riesen, riesen Problem. Ja. Also mein Appell ist, mein hilfloser Appell an Yuval Noah Harari ist, einer sich weiterzuentwickeln. Gefälligstendlich diesen kantisch-platonischen Denkrahmen zu verlassen, in dem er sich immer noch befindet. Und, also es ist bitter. Entschuldigung. Also ganz hart gesagt. Jemand, der heute noch ein gutes Haar an Kant oder Platon lässt, kannst du vergessen. Vergiss die Leute. Sie sind wirklich keine Millisekunde des Nachdenkens wert, weil sie einfach sich nicht weiterentwickeln. Sie sind gefangen. Gefangen in einem Denkrahmen, der uns überhaupt nicht weiterbringt, der uns überhaupt nicht... Da ist nichts dahinter. Nichts. Also was produktiv, was wirksam ist, was nützlich ist, unsere heutigen Probleme miteinander zu lösen. Dazu sind die Leute einfach nicht in der Lage. Und der Kern ist immer wieder der gleiche. Das eigentlich produktive Denken bei den ollen Griechen liegt vor Platon. Das waren die klügen Leute. Vor Platon. Mit Platon beginnt, ist bereits der Verfall eingetreten. Viertes Jahrhundert vor Christus, vergiss es. Danach kommt nur noch Verfall. Und das begreifen die Leute einfach nicht, wie das der Fall sein kann. Das ist sozusagen, man tritt ihnen da zu sehr in die Eier, also man tritt ihnen zu sehr in eine Gegend, die ihnen wehtut. Ja, weil sie diese Tradition lieben und schätzen. Und dass diese Tradition nicht liebens- und schätzenswert ist, vertragen sie einfach nicht. Das ist ungefähr so, als würdest du bei einer jungen Mutter mit einem neugeborenen Kind irgendwie in den Kinderwagen schauen. Du schaust dir das Kind an und sagst dann, das ist aber ein hässliches Balk. Aus Sicht dieser Leute ist das das, was ich tue. Ich schaue mir den Platonismus-Kantianismus an und sage, das ist aber ein hässliches Balk. Die Leute lieben aber ihr hässliches Balk. Das lassen sie sich nicht sagen. Und das ist ein Problem, weil das blockiert ihre Weiterentwicklung. Wir müssen erkennen, dass am Platonismus-Kantianismus wirklich alles verkehrt war, alles falsch war. Von Anfang an. Und dazu sind die Leute nicht bereit. Sie sind nicht bereit, loszulassen. Und das ist ein riesen, riesen, riesen Problem. Also sie entwickeln sich nicht weiter, obwohl es längst Leute gibt, die sich weiterentwickelt haben. Schon Hegel geht weit über Kant hinaus. Das macht ihn ja so produktiv. Und Hobbes schaut sich die Tradition von Platon und Aristoteles an und sagt, relativ nüchtern, hat offenbar wenig zur Befriedung der Menschheit beigetragen. Ganz nüchtern, wie so eine Inventur. Wie so eine Bilanz ziehen. Was ist eigentlich die Wirkung von Platonismus, Aristotelismus gewesen? Und das sagt er nach den englischen Bürgerkriegen. Das sagt er, kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg, zieht er halt Bilanz und sagt, na ja, hat halt wenig gebracht. Und ähnlich hat, aus meiner Sicht, wahrscheinlich haben Solon und Kleistern das Bilanz gezogen, haben gesagt, also dieses ethische Denken, das wir haben, die hatten auch schon im 7. und 6. Jahrhundert einen riesigen ethischen Anspruch, gerade an die Privilegierten, an die Reichen und Mächtigen. Die sollten ethischer sein. Also Adel, Aristokratie bedeutete nicht nur einfach Macht und Privilegien. Es bedeutete auch der Anspruch, besser zu sein, im Sinne von Adel verpflichtet. Und als man dann gemerkt hat, dass man dem ja gar nicht gerecht wird, hat man Demokratie erfunden. Ja, als Konsequenz aus einer Einsicht eines permanent uneingelösten Anspruchs an sich selber. Also letztlich hatte man auch damals schon so ein Übermenschlichkeitsideal, wie das dann später Platon und Nietzsche explizit hatten. Ja, man hatte das implizit so ein Übermenschlichkeitsideal und hat gemerkt, dass man seinem eigenen Übermenschlichkeitsideal permanent nicht gerecht wird. Und als man realisiert hat, dass man dem nicht gerecht werden kann, hat man Demokratie und Politik erfunden. Das begreifen die Leute aber einfach partout nicht. Und dann kommen sie immer mit dem gleichen Scheiß. Der Liebe zur Wahrheit und dem ganzen Mist. Und der großen Rolle der Medien. Obwohl die Medien in sich riesenproblematisch sind und nicht auflösen. Das erkennt ja auch Harari daran. Aber er hatte keine Lösung dafür. Aber es gibt eine Lösung dafür. Die Lösung ist demokratische Praxis. Und die Praxis der Demokratie ist eine Unmittelbarkeitspraxis. Das heißt, Medien als Mittler werden ausgeschaltet. Gezielt. Nicht, weil Medienschaffende bösartig oder dumm wären. Natürlich nicht. Sondern, weil das Mediale bestimmte Dinge eben nicht leisten kann. Also eine ganz sachliche, technische Konsequenz ist das. In medialer Kommunikation passieren halt andere als in Face-to-Face-Kommunikation. Und zwar wichtige andere Dinge. Und weil das schlechter funktioniert, stellt die Demokratie systematisch um auf nichtmediale Kommunikation, wo dann auch Rhetorik nicht so eine große Rolle spielt, wo unsere komischen Bildungsunterschiede oder Redegewohnheiten nicht so eine große Rolle spielen, wo wir in einem Raum sind. Und wir lernen, einander zu verstehen und überhaupt erst eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Im Prozess selbst. Das ist nicht eine gemeinsame Sprache, die wir voraussetzen können. Die müssen wir uns immer wieder neu erarbeiten. Und das können wir nur in Unmittelbarkeit, wenn wir in einem Raum sind. Deswegen macht Demokratie das, dass sie uns unmittelbar in einen Raum bringt. Verstehen aber Leute wie Harari nicht. So ganz simple Dinge verstehen sie nicht. Weil sie ihnen, Entschuldigung, Platon und Kant ins Hirn geschissen haben und sie nie begriffen haben, dass das, was sich da in ihrem Hirn befindet, einfach scheiße ist. Scheiße, die ausgeleitet gehört. Und dann kann das Denken wieder frei werden, neue, produktivere Dinge zu entwickeln. Aber diese Leute hängen einfach auf einem Film fest. Tut mir leid. Es tut mir echt leid. Aber es tut weh, das zu sagen. Aber das sind super kluge Leute, die Scheiße schwafeln. Ja, es ist so. Und das tut mir weh, weil ich sage ja selber, im Internet Leute beschimpfen bringt nichts. Im Internet Leute herabwürdigen bringt nichts. Das bringt auch niemanden zu nachdenken. Aber ich bin tatsächlich, wenn ich das höre, verzweifelt. Wenn ich Harari reden höre, bin ich verzweifelt, weil mir klar ist, dass der Mann super, super, super klug ist. Und dann denke ich mir immer wieder, bitte nicht aus dieser Ecke diese Dinge. Ja, und das ist aber nur, Entschuldigung, wenn Harari der Einzige wäre, würde ich auch nicht so reden. Ja, wenn er, wenn so, es ist ein regelmäßiges Phänomen. Ja, wir haben super kluge Leute, die Scheiße schwafeln. Ja, wo ich mir immer denke, wie können so intelligente Leute so daneben liegen? Und es gibt leider gute Erklärungen dafür, wie das sein kann. Das macht es aber nicht besser. Ja, was wir bräuchten, ist, dass unsere klugen Köpfe weiter sind, als sie sind. Wir haben ein breites intellektuelles Versagen mit ein paar glorreichen Ausnahmen. Ich kann die glorreichen Ausnahmen nochmal aufzählen. In Teilen mit Einschränkungen sind das Sanna Arendt. David van Rehbruck, Christian Meier, Ute Scheub ist eine Ausnahme. Patricia Nanz ist eine Ausnahme. Dann die Politiker-Klicke, ja, die Forscher-Klicke um Armin Schäfer, Lea Hense, ich hoffe, ich sage es richtig, Svenja Hense, Lea Elsässer, Entschuldigung, Svenja Hense, Lea Elsässer, das sind so Leute, die sind da ausgestiegen. Ja, also die haben sich weiterentwickelt. Die haben ihr Denken weiterentwickelt. Aber Yuval Noah Harari hat sein Denken nicht weiterentwickelt. Der erzählt die gleichen Quark, den wir seit Jahrtausenden hören, der uns aber genau dahin geführt hat, wo wir schon sind. Das ist mehr vom Selben. Und mehr vom Selben führt, wie man wissen könnte, nicht zu Lösungen. Ja, die Frames, die zu den Problemen geführt haben, mit denen wir uns heute rumschlagen, sind nicht die Frames, die uns helfen werden, die Probleme zu lösen. Wir müssen halt diese Frames überschreiten. Aber das ist genau das, was Harari nicht tut. Ja, das ist bitter. Ja, lieber, lieber Yuval Noah Harari, bitte entwickle dich weiter. Ja, hier mein hilfloses Appell. Ich weiß, dass du das kannst. Ich konnte es, da kannst du es zehnmal. Wenn wir Intelligenztests im Vergleich machen, wird Yuval Noah Harari unendlich besser abschneiden, als ich das tue. Ohne Frage. Kann ich sofort anerkennen. Trotzdem wird mich weiterentwickelt und er nicht. Sorry, Intelligenz ist halt nicht alles. Ceterum Censio, Isonomiam, Esesortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss. Zibümpen, Zifix.